Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In dem heutigen Video zeige ich euch, was die beste Möglichkeit ist, an einem Kastenwagen Fahrräder zu transportieren, welche Wege es überhaupt gibt, nämlich klassischen Fahrradträger auf einer Anhängerkupplung und spezielle E-Bike-Lösung, was der ganze Spaß kostet und wo die unterschiedlichen Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sind. Wir haben hier alle drei Systeme für euch aufgestellt und werden jetzt im Detail beleuchten, was die Dinge besonders macht und was für euch die beste Lösung ist. Bevor wir dabei im Detail drauf eingehen, sei euch nochmal unser YouTube-Kanal ans Herz gelegt. Einfach hier unter dem Video auf Kanal abonnieren klicken, dann die Glocke aktivieren und dann werdet ihr in Zukunft immer informiert, wenn wir neue Videos machen, dass ihr beim nächsten Mal vielleicht erfahrt, was die beste Außenfarbe ist, die schönste Felge oder der beste Dachträger. Und wer noch ein paar Bilder von den Autos haben will, der folgt uns einfach auf unserer Insta-Seite. Da seht ihr jetzt hier unten eingeblendet auch nochmal, wie das heißt, damit ihr uns findet. Ja, was haben wir für Systeme? Es sind drei unterschiedliche Systeme in unterschiedlichen Preisklassen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Wir schauen uns heute einmal den ganz klassischen Fahrradträger an. Zweier Fahrradträger auf der rechten Hecktür. Wir haben hier dreimal Fiat Ducato bzw. zweimal Ducato und einen Citroen, also den Kastenwagen schlechthin. Wir schauen, was die Stärken und Schwächen dieses Trägersystems sind. Dann ist eine sehr gerne und immer wieder genommene Lösung ein klassischer Anhängerkupplungsfahrradträger, wie ihn wahrscheinlich viele von den PKWs kennen. Da haben wir hier ein Thule, jetzt muss ich nachgucken, Velokompakt 924 mit der Adapterschiene. Eine Lösung, die auch ganz spezielle Stärken mit dabei hat. Und es gibt sozusagen die Rundum-Sorglos-Lösung von der Firma Busbiker. Eine klassische Bühnenlösung, die wirklich speziell auf E-Bikes, hohen Ladekomfort ausgelegt ist, wo wir dann auch schauen können, was das dann in der Konsequenz für Nachteile mit sich bringt, weil auch das beste System hat leider den ein oder anderen Haken mit dran. Wir haben uns das heute so überlegt, dass wir das im Einzelnen durchgehen, mit euch die einzelnen Kategorien, die wir uns überlegt haben, anschauen, dann dafür Punkte vergeben und am Ende gucken, wer von den drei der Gewinner ist. Und dann kann ich euch eins vielleicht schon vorweg sagen, jeder hat wahrscheinlich seinen eigenen Schwerpunkt, dass es wahrscheinlich keinen hundertprozentigen Gewinner gibt, sondern es gibt den Gewinner der Herzen, der genau für euer Auto, euer Einsatz fällt, die richtige Lösung ist. Also, lasst uns starten. Als erstes schauen wir uns an, wie die grundsätzliche Funktionsweise der Fahrradträger so ist. Ja, die Funktionsweise ist im Prinzip ja ähnlich. Alle drei sind dafür da, Fahrräder zu transportieren. Alle drei haben so Schienen mit dran, aber es sind dann im Detail doch viele, viele Unterschiede. Vielleicht muss man nochmal dazu sagen, bevor wir loslegen, es gibt natürlich von den Fahrradträgerfirmen, wir haben jetzt hier einen Thule-Fahrradträger, wir bauen auch regelmäßig Fiamma-Fahrradträger an, es gibt noch Aluline als tollen Fahrradträgerhersteller. Die stehen immer, das ist immer so ein bisschen sinnbildlich, für ihre eigene Kategorie. Auch für die Anhängerkupplungsträger gibt es von Atera und als günstige Lösung, also Firmen wie Euphab, also unterschiedliche Firmen. Und natürlich gibt es auch für den Busbiker verschiedene Alternativen. Aber das sind die Lösungen, die wir schwerpunktmäßig verkaufen, weil die tatsächlich für uns sehr, sehr gut funktionieren. Funktionsweise und Ladekomfort ist hier heute unser erstes Kapitel, was den Test angeht. Der Thule Elite, der hier dran hängt, ist ein klassischer Fahrradträger, wie es ihn eigentlich schon immer gibt. Bevor wir ihn runterklappen, müssen wir hier erstmal kurz die Schnallen aufmachen, damit das alles auch funktioniert. Und wenn der runtergeklappt ist, wird er einfach hier unten nochmal dran gesichert und dann kann man die Fahrräder draufstellen. Hat hier Platz für zwei Fahrräder. Das kann man sich einstellen auf die Breite, die man haben will. Ihr seht im Prinzip, der Fahrradträger ist relativ hoch angebracht. Das hat einen Grund. Ihr habt die Rückleuchten, die dürfen nicht verdeckt werden. Es gibt von einigen Herstellern zum Beispiel auch die Möglichkeit, hier eine Wiederholung der Blinker und Rückleuchten zu machen. Dann bräuchte man aber so einen E-Satz wie beim Anhänger unten. Dann könnte man den Fahrradträger auch weiter nach unten hängen. Der hat hier schon vorgesehene Bohrungen quasi, dass man ihn auf unterschiedlichen Höhen einhängen kann. Aber erstmal ist das das, was vorgesehen ist und was im Straßenverkehr so auch funktioniert. Wenn man das hat, einfach Fahrrad draufstellen. Hier oben das Innere und das Äußere Fahrrad festmachen. Und dann ist das Ganze relativ einfach zu machen. Das ist beim ersten Mal bei diesen Fahrradträgern immer ein Rieseneck. Aber ihr habt ja immer die gleichen Fahrräder mit. Nach zwei oder drei Mal beladen ist der Weg immer der gleiche. Zack, drauf. Das eine Fahrrad so rum, das andere so rum. Fertigmachen, fünf Minuten Sache, verschließen. Alles ist gut. Wir haben hier, ich habe ein Maßband mit dabei. Ich nehme einfach mal immer die Kante des Fahrradträgers. Wir haben hier 1,44 als Ladehöhe. Das ist halt schon verhältnismäßig hoch. Wenn ich das Fahrrad nehme, muss ich es hier hinstellen. Und ich bin ja nun wahrlich nicht klein. Und dann muss ich hier oben auch noch festmachen. Das heißt, vom Ladekomfort ist das ein bisschen eingeschränkter. Damit wir die Wagen unserer Kunden schnell genug fertig machen, musste gerade mal schnell ein Auto durchs Bild. Damit sind wir jetzt fertig. Also Ladehöhe haben wir hier 1,44 Meter. Von der Breite haben wir ja bei allen den Raum des normalen Ducatos als Breite sozusagen. Es ist hier alles etwas enger, dichter am Auto, damit die Hebelwirkung nicht so groß ist. Also wir haben hier von dem Gestänge aus zur Außenkante 40 Zentimeter. Und ich messe einfach hier nochmal von der Ducato Tür. Das Auto ist mit runtergeklappten Träger ungefähr so 53 Zentimeter länger. Das Schöne hier ist, dass ich den Träger eben auch, wenn ich ihn hier wieder löse, hochklappen kann. Und er auch so in der Nutzung gar nicht viel Platz wegnimmt. Wer ihn dann langfristig nicht dabei haben will, kann ihn auch insgesamt lösen und komplett zu Hause lassen. Dass zum Beispiel im Winterhalbjahr nur die beiden Schienen am Auto sind. Also grundsätzlich ein schönes Konzept, was auch ganz viel funktioniert und jahrelang die beste Lösung gewesen ist. Aber über die letzten Jahre ist halt das ein oder andere neu dazu gekommen. Und das haben wir vor allem dem Trend der E-Bikes zu verdanken, weil das eins unserer Kernproblem ist. Das werden wir aber in dem Kapitel Gewicht auch nochmal näher beleuchten. Wir haben halt viele, viele Fahrräder, die einfach zu schwer sind für die Lösung dort hinten. Das Zweite, was wir uns anschauen, ist die ganz normale Lösung auf einer Anhängerkupplung. Da gibt es tausend verschiedene Lösungen. Das ist jetzt unser eigenes Fahrzeug hier als Vorführwagen. Das ist eine Thule-Lösung. Kann ich ganz subjektiv sagen, für mich ist das eine hervorragende Lösung, die für uns toll funktioniert. Die aber auch ehrlicherweise zwangsläufig die einzige ist, die wir nehmen können, weil wir zu viert unterwegs sind und ich vier Fahrräder brauche. Und da kann ich einem späteren Punkt schon mal ein bisschen vorgreifen. Wir kommen um diesen nicht drumherum. Der Thule-Träger ist nicht unbedingt der Beste, um an die Hecktüren und solche Dinge ranzukommen. Aber er ist der Einzige, der vier Fahrräder hat. Und bei den Lösungen habt ihr immer eine tolle Ladehöhe. Wir gehen jetzt mal. Tja, das ist gebogen. Aber die Räder stehen ja hier. Wir messen mal hier. Hier haben wir 54 Zentimeter an der Kante. Das hier ist ein bisschen höher, aber mit 60 Zentimeter eben auch deutlich niedriger als da drüben. Und damit einfach super komfortabel, weil ihr das Fahrrad einfach nehmen könnt, draufstellen könnt und es dran ist. Und man kann eben den ganzen Träger auch wegnehmen. Und wenn ihr ihn wegnehmen wollt, oder wenn ihr ihn wegnehmt, dann könnt ihr ihn einfach zu Hause in die Garage stellen. Das ist vielleicht aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Kehrseite des Ganzen. Weil ihr eben auch den Platz in der Garage dafür haben müsst und es nicht einfach dauerhaft am Auto lassen könnt, während der andere ja dauerhaft montiert ist. Ja, der dritte vom Funktionsprinzip ist, ist die aufwendigste Lösung, sowohl für uns im Montagebereich als auch in der Herstellung des ganzen Produkts. Das, weil es wirklich in die Stoßstange integriert wird, also wenn wir so ein Busbiker, das hier ist ein Busbiker X290, die Unterschiede, die es da gibt, erkläre ich euch auch gleich nochmal. Ein X290, das heißt, das ist ein klassischer E-Bike-Träger, darf 80 Kilo tragen, ist also eine richtig schöne Lösung. Hier ist die Idee, dass der Träger, der Fiat oder Citroën-seitig dort drin ist, komplett rausgenommen wird, mit dem Grundträger des Busbikers ersetzt wird. Und man dann einfach eine vollklappbare Bühne hat, die man hier lösen kann, kalte Finger, und dann kann ich den ganzen Träger, egal ob beladen oder unbeladen, nehmen und einfach zur Seite klappen. Das ist natürlich mega komfortabel und wenn ich, hier, ich lasse den nochmal offen, wenn ich hier, wo sind meine Gurte, den Träger aufmache, wir klappen ihn mal runter, damit wir das sehen, kann man das hier lösen. Und so habe ich im Prinzip auch eine sehr, sehr niedrige Ladehöhe, dann haben wir das auch mit dabei. Auch 54 Zentimeter, das ist quasi das Gleiche wie, wie drüben bei der Thule Anhängerkupplungslösung, ist ja auch klar, die bauen ja auch auf derselben Höhe auf. Ähm, von dem, was er nach hinten übersteht, wenn wir schon bei Maaßen sind, von der Ducato, beziehungsweise Jumper Rückwand, bis hier hinten, sind 70 Zentimeter, ihr müsst ja immer auch bedenken, dass der Fahrradlenker oben noch ein bisschen mit dazukommt. Das ist also deutlich mehr als drüben bei der Fahrradträgerlösung und wir müssen noch einmal ganz kurz hier, das habe ich nicht vergessen zu messen, hier gucken, hier haben wir 95 Zentimeter. Also das ist die Größte, ist aber natürlich auch für vier Fahrräder, für drei Fahrräder sind es ungefähr so 80, ja eher 85 Zentimeter. Ja, das ist so die grundsätzliche Funktionsweise, also hoch direkt auf der Tür, auf der Anhängerkupplung oder als komplette Bühnenlösung, speziell für E-Bikes. Aufgrund der niedrigen Ladehöhe und der komfortablen Beladung vergeben wir für die Systeme Busbiker und auf der Anhängerkupplung jeweils drei Punkte und dadurch, dass der Fahrradträger auf der Tür etwas höher ist, zwei Punkte. Im Bereich des Nutzungskomforts ist natürlich der Zugang zu euren Stauräumen eine lebensnotwendige, wichtige Geschichte, wo man auf jeden Fall eigene Punkte für vergeben sollte, finden wir zumindest. Beim Busbiker ist das System ganz einfach. Es wird einmal entriegelt, es wird hier rausgenommen und dann könnt ihr den ganzen Fahrradträger rübernehmen, packt ihn hier zur Seite, habt den vollen Zugang zu beiden Türen, könnt die rechte Tür von unserem wunderschönen Pössl Summit 600 Plus aufmachen, die linke Tür auch und egal wie der Stauraum angeordnet ist, egal wie breit oder schmal, wo die Gasflaschen stehen, ihr kommt immer perfekt an das ganze Thema ran. Und es müssen auch die Fahrräder natürlich nicht von der Bühne genommen werden. Also das ist in meinen Augen auf jeden Fall schon mal ein hervorragender Zugang zum Stauraum. Viel besser geht es mit Fahrrädern nicht. Und wenn man fertig ist, einfach wieder zuklappen, einrasten und dann kann das Ganze auch wieder losgehen. Bei der Lösung auf dem Anhänger, auf der Anhängerkupplung ist das schon nicht mehr ganz so einfach. Hier muss man jetzt so ein bisschen differenzieren. Wir haben ja hier den Thule, ich kann mir den Namen einfach nicht merken, Velokompakt mit dran. Das hatte ich ja eingangs gesagt, den haben wir dran, weil das ein Träger für vier Fahrräder ist. Dieser Träger ist so angelegt, dass man ihn nach hinten wegklappen kann. Das heißt, ich entriegele hier unten mit dem Fuß, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich glaube ja. Und wenn ich da entriegele, kann ich den ganzen Träger nehmen und hochklappen. Das klappt auch voll beladen. Ich gucke mal in meiner eigenen Foto-Mediathek, wenn ich noch ein Bild von unserem beladenden Fahrradträger finde, dann blenden wir das jetzt an dieser Stelle nochmal mit ein, mit vier Fahrrädern drauf. Aber ihr seht schon auf den ersten Blick, ich bringe ihn natürlich nicht so weit weg wie den Busbiker eben. Rankommen an die Türen tue ich trotzdem. Ich kann die Tür hier so weit aufmachen und ich kann jetzt zum Beispiel hier einen langen Arm reinmachen und wenigstens solche Dinge wie Kabeltrommel, Keile und sowas rausholen. Wenn ich geschickt packe, komme ich auch an meine Stühle und meinen Tisch. Aber es sieht jetzt relativ einfach aus, man darf immer nicht unterschätzen. Hier steht ja auch noch das große Fahrrad drauf, um das ich immer rum muss. Ich komme theoretisch sogar an beide Türen, weil ich kann jetzt von hier die Tür aufmachen und ich kann jetzt um meine Fahrräder hier ganz hinten rumlaufen, weil bis hierhin stehen sie ja. Ich muss aufpassen, dass mir das nicht wieder zuweht und kann jetzt, ich stehe jetzt natürlich ein bisschen im Bild, hier auch an die andere Ecke. Also möglich ist es, an den Stauraum zu kommen. Es ist sicherlich nicht die allerkomfortabelste Lösung, aber prinzipiell auch nicht so schlimm und in unserem Fall die einzige Lösung. Ein bisschen besser würde man die Türen aufbekommen. Es gibt zum Beispiel von der Firma Atera ein Modell, das nennt sich Strada 3DL. Der ist auf so einem Bogen drauf und der wird nicht nach hinten weggeklappt, sondern der fährt auf so einem halbrunden nach unten. Und wenn ich den zum Beispiel für einen Dreier als Dreierfahrradträger nehme, aber nur zwei Räder mitnehme, die auf die äußeren Positionen stellen, können wir alle noch folgen, ich hoffe ja, dann könnt ihr die Tür in der Regel aufmachen und dran vorbeischwenken. Also der Zugang ist gegeben, aber nicht ganz so gut. Bei allen Fahrradträgern auf der Anhängerkupplung müsst ihr immer drauf achten, was für eine Kupplung habt, lasst euch von eurem Händler oder im Idealfall habt ihr das Auto ja bei uns bestellt, dann achten wir da sowieso drauf. Beraten, welche Kupplung die richtige ist für euren Träger, weil das Problem, was ihr haben könnt, dafür muss ich es doch nochmal kurz wegklappen, hier ist nicht allzu viel Platz zwischen und wenn ihr jetzt einen Kupplungsträger habt, der hier sehr stark aufträgt oder nicht, wie wir es gemacht haben, eine spezielle Anhängerkupplung, die genau dazu passt, dann geht die Tür halt nur bis hier und dann ist gar kein Zugang da. Das haben wir leider sehr häufig bei Kunden, da werdet ihr oft nicht wirklich gut beraten. Also Zugang gegeben, aber nicht perfekt. Bei der Lösung hier ist der Zugang eigentlich genauso gut wie beim Busbiker, aber auch hier muss ich mir natürlich die Fahrräder vorstellen, hier muss ich so ein bisschen untertauchen, aber dann kann ich das ganze Ding nehmen, rumschwenken und habe dann auch hier den vollen Zugang, in dem Fall seht ihr einen wunderschönen Westfalia Amundsen 540D, der ja auch den perfekten Stauraum hat, wo einfach sehr, sehr viel reinpasst, also auch das ist hervorragend und gut vom Zugang für euch gemacht. Hier muss man so ein bisschen aufpassen, beim Laderaumzugang ist ein bisschen unfair, wenn man nach vorne guckt und die Türen kommt, man kriegt regelmäßig das Ding in den Rücken, aber das ist Lernen durch Schmerz, das habt ihr nach ein paar Mal auf jeden Fall raus. Und dann muss man beim Zumachen ist ein bisschen unkomfortabler, weil man quasi so untertauchen muss, damit man das Ganze greifen kann. In der Kategorie Zugang zum Laderaum bekommt der Busbiker von uns drei Punkte, die klassische Fahrradträgerlösung, weil sie etwas komplizierter ist im Zugang, um zu öffnen, zwei Punkte und die Lösung auf der Anhängerkupplung ein, weil man notdürftig an den Stauraum rankommt, ist aber nicht wirklich komfortabel ist. In der Kategorie Eigengewicht und mögliche Zuladung muss ich ein bisschen spicken. Das sind zu viele Zahlen und da wir ja seriöse Ergebnisse vermitteln wollen, habe ich mir das vorher rausgesucht, was das an Gewichten ist und was die einzelnen Träger dürfen. Weil das in unseren Augen zwei komplett verschiedene Kategorien sind, werden wir auch einzelne Punkte dafür vergeben. Einmal eben für das, was der Träger selbst an Gewicht bringt. Und da muss man ganz klar sagen, ist die Lösung des klassischen Fahrradträgers die mit Abstand leichteste. Und für uns ist leicht ja gut, weil Zuladung immer wieder ein Problem ist. Wer sich da übrigens für das Thema Zuladung mehr interessiert, dem seien unsere Gewichtsvideos ans Herz gelegt. Da blenden wir euch oben einfach mal einen Link zu einem, zum Beispiel der Strada Regent ein. Das fällt mir gerade ein, weil ich da so schöne Regents drüben stehen sehe, die wir demnächst auch für euch filmen. Ein Riesen-Line-Up wunderschöne Autos. Da beleuchten wir das Thema Gewicht auf jeden Fall noch mal deutlich mehr. Hier haben wir halt den Thule Elite Van. So wie er da ist, wiegt er 10,5 Kilo. Prospektangabe von Thule. Der Träger hier, witzigerweise nur auch ein Thule. Da wiegt der Träger selber laut Thule 19,6 Kilo in der Dreier-Variante. Jetzt kommt die Schiene, die wiegt nicht wirklich viel, noch ein bisschen mit dazu. Das ist 20, 21 Kilo sein, sowas in der Größenordnung. Aber ich finde, man darf den nicht losgelöst betrachten. Der Träger funktioniert nur, wenn ihr auch eine Anhängerkupplung dran habt. Und je nachdem, was für eine Anhängerkupplung ihr habt, wiegt die Anhängerkupplung so 20 bis 25 Kilo. Und die muss man meiner Meinung nach auf das Gewicht des Trägers mit dazu rechnen, weil ohne funktioniert er ja nicht. Wer sowieso eine dran hätte, darf sich jetzt die Zahlen selber zurecht rechnen. Wenn wir also sagen, 21 Kilo für den Träger, der übrigens wirklich schwer ist, wenn man ihn in die Hand nimmt, und noch mal 20 Kilo für die Anhängerkupplung, dann haben wir zusammen, also sagen wir mal, ungefähr 42, oder sagen wir mal 45 Kilo, wenn es eine schwere Anhängerkupplung ist. Da gibt es auch leichtere Träger, da kann man sicherlich noch mal 3, 4, 5 Kilo sparen. Aber 40 bis 45 Kilo werdet ihr in dem Paket hier haben. Der Busbiker ist an der Stelle, ist ja auch sichtbar, dass er das größte und massivste Gerät ist. Die schwerste Lösung, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt ihnen zwei Varianten. Das, was ihr hier seht, ist ein X290. Das heißt, der hat keine Anhängerkupplung und es gibt auch ein XM290. Der XM290 hätte eine Anhängerkupplung mit dabei. Der leichtere von beiden wiegt 50 Kilo, also der ohne Anhängerkupplung, der andere 57 Kilo. So, das zum Eigengewicht. Zuladung, im Prinzip kann man sagen, umso schwerer der Träger, umso mehr darf er tragen. Bei dem klassischen Fahrradträger, haben wir hier beim Thule Träger, das ist zum einen limitiert durch das Fiat Scharnier und zum anderen durch den Träger selber, 35 Kilo Gesamtzuladung, aber 19 Kilo pro Schiene. Bei der Lösung hier haben wir 60 Kilo Gesamtzuladung, aber maximal 25 Kilo pro Schiene. Und beim Busbiker haben wir 80 Kilo Gesamtzuladung. Hier gibt es von Busbiker, ach doch, habe ich mir doch aufgeschrieben, 30 Kilo pro Fahrrad. Also sowohl in der Gesamtzuladung, als auch in dem Gewicht pro einzelnen Fahrrad ist hier mit Abstand am meisten Puffer mit dabei. In der Kategorie Eigengewicht vergeben wir für das leichteste Gerät, den Fahrradträger auf der klassischen Tür, drei Punkte für die Lösung auf der Anhängerkupplung, die mit ungefähr 45 Kilo in der Mitte liegt, zwei Punkte und für den Busbiker leider nur ein Punkt, weil er die schwerste Lösung ist. Dafür dreht sich das Verhältnis in der Kategorie mögliche Zuladung um. Dort vergeben wir für den Busbiker drei Punkte, weil er am meisten tragen kann und zwar sowohl im Gesamtgewicht als auch pro Rad. Die Lösung auf dem Fahrradträger natürlich immer je nach Hersteller auch sehr viel tragen kann. Dort zwei Punkte und etwas reduziert ist die Zuladung und bei der Lösung für den Fahrradträger auf der Hecktür. Dort gibt es einen Punkt. Wir haben jetzt Gewicht, Höhe, Überhang, Zugang zum Laderaum, ganz viele Sachen. Ein ganz entscheidendes Kriterium ist bei der Entscheidung, welcher Fahrradträger der richtige für euch, ist natürlich auch das Thema Preis. Und da muss man das auch wieder ein bisschen zweigeteilt sehen. Einerseits kann man gucken, was kostet das Material an sich und andererseits kann man gucken, was kostet das Ganze, wenn es für euch nutzbar am Auto dran ist. Wir haben uns jetzt hier mal ganz bewusst, habe ich mir aus unserem Frank Haner, das ist unser Zubehör Großhändler, Katalog die Einzelpreise mal rausgesucht. Der Thule Elite Van, so wie er hier steht, in schwarz kostet Katalogpreis momentan 509 Euro. Den gibt es auch noch in Silber, dann kostet er 30 Euro weniger, 479. Montageaufwand ist, geht so, aber durchaus ein bisschen Zeit, weil das nicht einfach nur geklemmt ist, sondern auch geklebt wird. Das dauert ein Weilchen, sagen wir mal ungefähr 650, 700 Euro, dann ist der Fahrradträger hier fertig am Auto dran. Der Kupplungsträger hier, kann ich jetzt auch nur speziell für den sagen, also exakt diesen gibt es in drei Varianten. Als Zweier kostet er 519 Euro, als Dreier 640. Und als Dreier mit der Ergänzungsschiene, die nochmal 160 Euro extra kostet, ungefähr 800 Euro. Bei den Trägern muss man ganz klar sagen, schaut euch nach Online-Preisen um. Ich sage jetzt mal die Preise, wie sie bei uns im Katalog stehen. Wer den so einen Träger bei uns direkt kauft, hat selber Schuld. Ich weiß nicht, wie die Großhändler das machen. Die werden online dermaßen viel günstiger verkauft, kann ich euch ganz klar nur sagen, geht dorthin. Das glaube ich macht für die Bewertung heute keinen riesengroßen Unterschied. Aber das ist mehr ein Richtwert, damit ihr es einordnen könnt. Aber ich denke, man kann ein ganz paar Prozent davon abziehen, wenn man es irgendwo online bestellt. Die haben oft tatsächlich Lieferzeiten, aber schaut euch unbedingt die unterschiedlichen Konzepte an, die es da gibt. Bei dem Ding muss man aber ganz klar sagen, wie beim Gewicht, der funktioniert nicht ohne Anhängerkupplung. Und wenn ihr die nicht sowieso am Auto dran habt, müsst ihr eben eine Anhängerkupplung dazu kaufen. Starr, abnehmbar, abgesenkte Kugelköpfe, tausend verschiedene Möglichkeiten. Wir beraten da unsere Kunden sehr, sehr detailliert. Für eine Anhängerkupplung muss man in der Größenordnung noch mal 800 bis 1200 Euro draufrechnen. Das heißt, ich würde sagen, wir kommen in der Größenordnung ungefähr, ja, wenn wir günstige Anhängerkupplung und Zweierträger nehmen, von dem hier seid ihr bei 1300 Euro. Vielleicht mit einem online günstig geschossenen oder vielleicht gebrauchten Träger. Oder ihr habt den vielleicht schon ein bisschen drunter. Wenn man einen Vierer-Träger und eine abnehmbare Anhängerkupplung nehmt, seid ihr bei ungefähr 2000 Euro. Das heißt, schon deutlich teurer als der Träger drüben. Der Busbiker hier ist, wie es nicht anders zu erwarten war, sowohl materialseitig die teuerste Lösung und hat natürlich gleichzeitig auch noch den größten Montageaufwand mit dabei. Es gibt ihn ja, wie gesagt, in zwei Varianten. Als Variant ohne Anhängerkupplung kostet 1799 als Variante mit Anhängerkupplung 2100 Euro und montiert, dann ist das ein ganz schön großer Aufwand, ihn zu montieren. Das ist ja quasi eine halbe Anhängerkupplung, weil wir den E-Satz, also die Steckdose, die jeder Anhänger hat, nach hinten montieren müssen, weil ja Blinker rückleuchten und alles am Ende funktionieren sollen. Grobe Größenordnung, die Variante so wie sie hier ist, 2150, 2200 Euro mit Anhängerkupplung ungefähr 300, 350 Euro mehr, also grob zweieinhalbtausend Euro. In der Kategorie Preis erhält der Fahrradträger auf der Hecktür drei Punkte, weil es die mit Abstand günstigste Lösung ist. Die Lösung auf der Anhängerkupplung, gerade vor dem Hintergrund, dass viele Fahrzeuge schon eine Anhängerkupplung haben, zwei Punkte und der Busbiker, weil er sindbildlich für alle anderen Bühnenlösungen die teuerste Lösung darstellt, nur einen Punkt. Siegerehrung, was ist das beste Fahrradträgersystem für euch und euer Fahrzeug? Wir haben hier drei verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Wir haben uns Mühe gegeben, sie unterschiedlich zu bewerten. Wir haben für uns die wichtigen Kategorien erstellt, Punkte vergeben. Ich habe es gerade zusammengezählt. Das Ergebnis ist dann doch sehr nah beieinander. Und zwar haben wir zwei erste Plätze. Mit elf Punkten haben wir auf Platz 1 einmal diesen klassischen Fahrradträger an der Hecktür und mit ebenfalls elf Punkten haben wir auch auf Platz 1 das Thema Busbiker hier drüben als Bühnenlösung. Ganz knapp dahinter auf einem wunderbaren Platz 2 haben wir die Lösung auf der Anhängerkupplung mit zehn Punkten, also wirklich nur einen Punkt Abstand. Ja, im Endeffekt hat man das glaube ich so ein bisschen durch das ganze Video gemerkt. Ihr müsst gucken, was für euch die richtige Lösung ist. Es gibt verschiedene K.O.-Kriterien, wo vollkommen egal ist, was welche Punkte bekommen hat. Nehmt zum Beispiel meine Situation. Vier Personen, vier Fahrräder, ich nehme die Silbermedaille. Ich habe keine andere Wahl. Natürlich würde ich lieber gut in den Stauraum kommen. Natürlich hätte ich lieber so eine leichte Lösung wie da hinten. Aber ich habe keine Wahl. Ich brauche den für vier Fahrräder. Ihr sagt zum Beispiel, ich will ein Boot oder den Hänger mit meinem Quad drin ziehen. Funktioniert hier nicht, wenn ihr Fahrräder mitnehmt. Funktioniert da nicht, wenn ihr Fahrräder mitnehmt. Funktioniert nur mit einem klassischen Fahrradträger, der höher gehängt ist. Dann seid ihr da drüben. Dann ist es vielleicht die günstigste Lösung, aber es ist vor allem die einzige, die komfortabel euren Hänger und Fahrräder mitnimmt. Oder ihr sagt, meine E-Bikes sind sehr schwer. Wir brauchen diese 80 Kilo, weil wir drei E-Bikes dann mitnehmen wollen. Seid ihr ganz schnell hier hinten beim Busbiker. Was ich einfach nur sagen will, ist, ihr müsst euch überlegen, was wollt ihr mitnehmen? Wie wollt ihr es mitnehmen? Habt ihr Platz, solche Lösungen zu verstauen? Wir haben viele Kunden, die in Städten wohnen. Der Kellerraum ist da auch nicht unbegrenzt. Für jemanden, der so wie wir hier auf dem Dorf leben sagt, ich habe eh ein bisschen Platz hinter der Garage, da lege ich das hin oder in die Garage. Da ist das alles in Ordnung. Aber ansonsten muss man eben schon gucken, wo bleibe ich damit? Da gibt es übrigens, vielleicht jetzt der falsche Zeitpunkt so kurz vorm Ende, von Thule gibt es auch ein Modell, das nennt sich Easy Fold. Das klappt ihr zusammen, das nimmt nur halb so viel Platz weg, kann aber leider nur drei Räder. Also, fragt euch, was ihr mitnehmen wollt, wohin ihr es mitnehmen wollt, was ihr schick findet, weil auch da muss man ja ganz klar sagen, es sind unterschiedliche Lösungen. Wollt ihr eine Lösung, die wie der Busbiker dauerhaft dran ist, wenn ihr sie nicht braucht, einfach mit einem Handgriff hochzuklappen, schön eingerastet, seid dauerhaft mit dabei oder wollt, jetzt wollte ich das ganz schnell machen, aber da muss man auch einrasten. Oder wollt ihr lieber eine Lösung, die ganz weg ist, wenn ihr unterwegs seid oder wollt ihr eine, die für ein halbes Jahr dran ist oder nicht? Es gibt so viele unterschiedliche Kriterien. Sprecht mit uns, wenn ihr euer Auto aussucht oder sagt uns eure Bedürfnisse und dann finden wir für euch, mit euch zusammen, die richtige Lösung. Das war jetzt unser erstes wirkliches Vergleichsvideo mit verschiedenen Punkten, mit dem Küren eines Siegers, mit verschiedenen Kategorien. Für uns und unsere Weiterentwicklung wird es mir sehr helfen, wenn ihr einfach in den Kommentaren mal reinschreibt, ob euch das weiterhilft oder ob ihr sagt, das ist viel zu detailverliebt. Machen wir lieber wieder klassische Fahrzeugvorstellungen, zeig uns das, was es gibt, aber so detailliert wie Fahrradträger, das brauchen wir nicht wissen. Also schreibt das mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass es euch weitergebracht hat, dass es euch die Entscheidung erleichtert hat, was das Richtige für euch ist und das, was ich sagen kann, ich habe eiskalte Finger. Wenn ich die Fahrradträger sehe und so kaltes Wetter habe, dann denke ich nur, oh, lasst uns doch die Fahrräder auf die Finger packen und einfach irgendwo hinfahren, wo es warm ist. Das wünsche ich euch für die kommende Saison. Das wünsche ich mir selber natürlich auch ein bisschen. Bis dahin werden wir noch das ein oder andere Video für euch machen und jetzt werden wir uns erstmal drinnen auf. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Schöne Grüße aus Stove. Bis bald.